Semmi, erstmal hoffe ich, dass deine Verletzung nicht so schwer ist. Bis zu deiner Auswechslung war es eine beherzte Leistung von dir. Gratulation erstmal dazu. Wie beurteilst du sonst die Leistungen der deutschen Jungs? Man hat an manchen Stellen des Spiels gesehen, dass wir den Georgen mithalten können. Man merkt hier, dass jeder Fehler bestraft wird bis aufs Ende. Das erkennt man auch am Ergebnis. Aber ich denke, das ist eine Leistung, auf die wir darauf aufbauen können. Das hat sich vom Ergebnis nicht so sehr an. Aber wir haben das erreicht, was wir erreichen wollen, dass wir uns in der Verteidigung, im Angriff verbessern. Das ist geschehen, aber es ist noch ein weiterer Weg, um besser zu werden. Aber wir sind froh und wir sind konzentriert auf die nächste Woche. Zu dir, du hast dir die Schulter ausgekuckelt, habe ich gehört. Wie geht es jetzt bei dir weiter für die nächsten Tage und Wochen? Ich werde jetzt die Woche ein bisschen ruhiger angehen. Ich kann meine Schulter noch gut bewegen. Ich denke, ich bin für nächste Woche startklar und werde mich die Woche ein bisschen schonen. Gegen die Russen ist ja noch eine Rechnung offen vor ein paar Monaten. Das Spiel in Hamburg. Was habt ihr euch für das Spiel vorgenommen? Ich denke, dass der Erfolgsrezept ist wie letztes Spiel. Dass wir uns nicht unterbuttern lassen von den Russen. Dass wir das durchführen, was wir uns in den Kopf gesetzt haben. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Gegen die Russen ist immer eine Überraschung gut. Wir gucken da mit guten Augen hin. Jetzt hat das deutsche Sturmspiel in den beiden Hälften eigentlich zwei Gesichter gezeigt. In der ersten Halbzeit war man extrem konzentriert am Gedränge, fand ich. In der zweiten Halbzeit hat es schon etwas nachgelassen, was auch klar ist mit der zusätzlichen Spieldauer. Aber vom Gassenspiel hat man sich, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet. Kannst du dazu vielleicht ein, zwei Worte sagen? Ja, das Gassenspiel war zum Ende hin doch ein bisschen ernüchternd, muss man wirklich sagen. Also, ich weiß nicht woran es lag. Wir haben uns in der Woche eigentlich recht gut vorbereitet in den Gassen. Aber bei den Jungs, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es die Bälle war. Vielleicht denk ich mal an der Konzentration. Weil das waren zum Teil wirklich einfache Bälle, die man einfach fangen muss. Also, das ist, denke ich, auch ein Punkt, in dem wir nächste Woche hart daran arbeiten werden. Alles klar, dann wünsche ich viel Erfolg. Erstmal gute Besserung für dich, Sami. Und dann sehen wir uns gegen Russland.